Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part des PLP StrangerVille Let's Plays. Ja, heute mal ohne Facecam. Ich bin vorhin erst aufgestanden, ungeschminkt und fühle mich gerade nicht sonderlich hübsch. Ich denke mal, ihr kennt das. Ja, im letzten Part haben wir ja mit Luca das Geheimlabor entdeckt und ich würde sagen, wenn der Gute hier fertig gegessen hat, dann machen wir uns auch nochmal auf den Weg ins Geheimlabor. Denn wir müssen ja da noch ein paar Beweise suchen durch Erhecken. Und ja, warte mal, hatten wir nicht hier den Messerblock? Das ist, glaube ich, kein schöner Messerblock. Das ist definitiv kein Messerblock. Den verkaufen wir mal gleich wieder. Das ist ja die Hässlichkeit schlechthin. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg zurück ins Geheimlabor. Und ich habe hier die Fanart-Maps. Gibt es jetzt auch von StrangerVille. Und ich finde, die sieht so schön aus wieder. Also passt wieder super gut ins Spiel, gefällt mir super gut. Und ich würde sagen, wir machen uns wieder auf den Weg ins Geheimlabor. Und ja, freuen uns darüber, dort zu hacken. Da muss ich, glaube ich, auch gleich mal nochmal ein Thumbnail machen, obwohl ich ja schon... Oh, gibt es denn hier auch obere Stockwerke? Oh, da können wir schon sehen, dass es hier in die Treppe reingeht. Die Treppe runter geht. Das können wir da auch sehen. Na gut, dann ist auch wurscht. Dann würde ich sagen, wo waren denn hier PCs? Und wo kommen wir nochmal rein? Ich glaube, hier durch wahrscheinlich, ne? Dann würde ich sagen, werden wir hier erstmal hacken, um Beweise zu finden. Und dann werden wir das nicht nur dort machen, sondern wo waren die anderen? Da. Eins, zwei, drei, vier. Theoretisch. Ach, hier hätten wir uns auch was zu essen holen können. Na, aber wir können hier gleich einen Kaffee trinken. Das ist sehr gut und wir können sogar Geld verdienen durch, ähm... Hier, jetzt muss ich doch mal hier ein Thumbnail wieder machen. Du bist wieder hier am hacken, wie crazy. Vielleicht kann ich hier so machen. So. Geheimlabor. Upsala. So vielleicht, so rum noch. So, das sieht doch eigentlich gar nicht schlecht aus. Aber ich würde sagen... Oh, können wir hier irgendwas dran heften? Ne, schade. Das ist schon mal hier Geschwindigkeit. Da mache ich mal schneller, denn... Das ist jetzt, glaube ich, nicht das Allerspannendste, ihm hier ewig lang beim Hacken zuzusehen. Ah, Beweise. Das können wir nicht mehr durchsuchen. Jetzt ist der PC kaputt. Wie viele Beweise haben wir jetzt? Ich habe vergessen zu gucken. Elf. Ah, das heißt, wir müssen wahrscheinlich wirklich tatsächlich jeden PC einzeln hier... Mache ich auch nochmal ein Foto. Weil... Warum nicht, ne? Hier, das sieht dann irgendwie auch noch ein bisschen spannender aus mit den anderen Bildern, mit dem anderen Kram im Hintergrund. So, gab es da nochmal diesen kritischen Blick von dir? Das wäre sehr schön. Hm, naja. So, ich denke mal, das reicht als vorerstes Thumbnail. Dann gehen wir hier noch hin. Dann gehen wir hier noch hin. Und ich frage mich, was passiert denn, wenn wir das nicht... Wenn wir jetzt nicht hier... Wir haben elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Was passiert denn? Ah, wir haben zwölf. Wir haben einen Infrarot-Mikrofilm und alle PCs gehen kaputt. Ist das Zufall? Ich glaube nicht. Wir können die bizarre Pflanze ansehen, aber das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Wir können hier sogar Sachen wegwerfen. Bekommen wir dann da Geld dafür? Oh, den haben wir vergessen, den Haufen. Oh, wir haben mehrere Haufen vergessen. Na gut. Und es scheint wohl so, dass die PCs sich selbst zerstören. Wir haben sehr viele Haufen vergessen. Oh, hier gibt es sogar eine Toilette. Das ist sehr gut. Wir werden langsam auch sehr müde. Ich frage mich gerade, wie wir dann am besten... Ob wir zurückgehen müssen wahrscheinlich. Ah, wir haben sogar gar nichts Nützliches gefunden hier. Wie sieht es denn da aus? Auf dem anderen PC haben wir eine Aufnahme der Luftüberwachung gefunden und an dem letzten gar nichts Nützliches. So, dann machen wir das doch mal so hier. Nochmal hier, so richtig schön, so richtig komisch sieht das eigentlich. Ne, da kriegt man kein gutes Bild raus. Wir können höchstens Lukas Hintern filmen, aber das ist jetzt auch nicht so das Spannendste. Dann haben wir jetzt hier langsam mal Beweise zusammen, weil du wirst langsam echt müde und wir sollten zurückgehen. Ein geheimen Kopierschutzstecker. Okay, was ist das denn? Das klingt doch nicht sonderlich aufregend. Mit 14 von 15 Beweisen. Was haben wir hier jetzt noch? Paket mit rätselhaften Samen. Uh, und Aufnahme der Luftüberwachung. Ah ja, die Frage ist, das Paket mit rätselhaften Samen hilft uns, glaube ich, nichts. Ich dachte nämlich, wir können dann da den Kram anbauen. Können wir aber nicht, weil das ist einfach hier, glaube ich, dabei... Ne, wo ist denn ein Paket mit rätselhaften Samen? Das ist das hier. Können wir denn das anklicken irgendwie? Ei, wir können tatsächlich... Warte mal, wie viele Beweise haben wir? Wir haben 16. Das heißt, wenn ich das jetzt hier hinziehe... Ähm... Ich würde das gerne raus aus dem Inventar ziehen. Ist das jetzt raus aus dem Inventar gezogen? Ne, ist es nicht. Hm. Ah, kann ich es nicht zu Sunny ziehen? Ne, die ist nicht auf dem Grundstück. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal schnell nach Hause, weil dann kann ich vielleicht den einen Beweis in Sannis Inventar ziehen. Dann haben wir die bizarren Samen nämlich, weil die möchte ich ganz gerne öffnen. Das wäre schon eigentlich ganz cool, wenn wir dann bizarre Samen hätten. Und ich rede gerade in die Facecam und schaue gerade in die Facecam rein, meine ich. Obwohl die ja gar nicht an ist. Ähm... Ja, dann mach mal hinne hier Sims. Ich glaube, ich habe zu viel CC im Spiel. Obwohl das immer noch schneller ist als in meinem privaten Spiel, weil da ist es wirklich krass. Ach ja, jetzt zeigt es mir wieder alles doppelt an hier. Dann würde ich sagen, werden wir mal ganz kurz hier schnell den Kram aufräumen, bis der Inventar... Jetzt ist der Inventar wieder normal. Das Inventar... Wo waren nochmal die geheimen Samen? Kann ich die zu dir reinziehen? Ah ja. Oh, Sunny hat sogar eine Medaille. Technikteam Ehrenmedaille. Ähm, können wir... Ach, ich glaube, da kriegen wir Kram für. So, du, öffne mal bitte hier, ne? Ah ja, jetzt haben wir hier zwei bizarre Früchte. Die können wir doch mal hier einfach anpflanzen. Vielleicht... Wir können sie sogar essen. Ich würde sagen, wir behalten die eine mal im Inventar. Die essen die Früchte ja nicht von alleine, aber was... Mich würde nämlich mal interessieren, ähm, was passiert, wenn wir die Sachen anbauen, ne? Du gehst jetzt schlafen, das ist auch gut so. Ne, du gehst jetzt bitte schlafen. Wir haben schon... Oh, wir haben schon fünf Uhr. Ich habe überhaupt nicht auf die Uhrzeit geachtet, ne? Und ja, hier sind wieder die ganz normalen Bugs. Du baust das hier an. Ich bin mal gespannt, ob dann das Militär kommt und uns hier... Mh... Müssen wir die Pflanze gießen? Alle gießen. Ja, und du gehst dann auch zur Arbeit, bitte. Ähm, ich meinte eigentlich, dass du das Ding bewässern solltest. Dankeschön. Ach, das ist das Geräusch von der, von der, von der Schüssel hier, ne? Habe ich eigentlich das Dach noch immer vergessen? Ja, habe ich vergessen. Dann mache ich das mal ganz schnell hier. Das geht ja nicht, weil das sieht ja super doof aus, so. Äh, dann würde ich sagen, hier schnell, zack, und... Oh Gott, nein, das wollte ich nicht. Zack, so. Ja, perfekt. So, das hat sich schon erledigt. So schnell und flott geht das. Dann, ähm... Schläfst du einfach auch nochmal ein bisschen? Obwohl, nee, du kannst mal eigentlich hier schnell Reste nehmen. Und ich werde jetzt aber wieder auf Luca umschalten, bewässern. Achso, ich habe mit Luca bewässern geklickt, ne? Okay. Okay, dann machen wir das hier mal schnell mit dir, bis Sunny in der Arbeit ist. Das ist ja dann auch bald... Uh, das ging jetzt aber flottiger Loppy. Und ja, jetzt ist sie nämlich in der Arbeit, dann geht das alles noch schneller hier. Und dann würde ich sagen, werden wir dann halt gleich das, wenn du aufgestanden bist, das Geheimdossier zusammenstellen. Und aufs Klo gehen, werden wir dann auch. Mira, nee, danke. Ah, ich wollte das Handy auf lautlos stellen. Genau, zack, so. Dann holst du dir mal hier Reste. Ja, warum kein Caprese-Salat zum Frühstück? Das wollte ich auch schon immer mal. Dann kannst du dir hier einen Film ansehen. Und zwar, ähm, die ungeschickten Schwestern. Ja, Luca, du machst jetzt bitte mal hier hinne. Ach, Händewaschen brauchst du nicht. Obwohl, doch. Ich glaube, wir sollten tatsächlich, weil ich ja hier auch die Slice-of-Life-Mod drin habe in dem Spiel. Was ist das denn für ein Wunsch hier? Ein Glas Nektar trinken. Genau, weil ich hier in dem Spiel die Slice-of-Life-Mod drinnen habe. Und die mit den letzten Updates Krankheiten hinzugefügt hat, sollte man doch eigentlich ein bisschen Hygiene haben. Hier fehlt ein Spiegel. Das ist aber schade. Naja, das ist jetzt aber nicht so wichtig. Das heißt, wir sollten vielleicht auch mal ein Glas Wasser noch dazu trinken, schnell. Wo, nee, wir machen hier nach dem Essen, wirst du den ganzen Kram aufräumen, dir die Zähne putzen und das Glas Wasser, äh, das Glas Wasser trinken. So, dann mache ich das mal hier schneller. Und dann, ach ja, dann wirst du hier das Dossier zusammenstellen. Ach, das geht so, okay. So, was steht denn hier? Du hast erfolgreich ein Geheimdossier zusammengestellt. Ähm, was? Was ist das denn hier? Luca has discovered something new about himself. His discovery, this discovery added a new trait which will have a big impact on Lucas' character. Na, da bin ich ja mal gespannt. Also hier, mit dem Dossier kannst du eine Schlüsselkarte anfragen. Ich wette, die Wissenschaftler, das Militärpersonal oder der Besitzer des Kuriositätengeschäfts wären daran interessiert. An wen geben wir denn mal die Schlüsselkarte? Ich würde sagen, wir geben das Geheimdossier an den Kerl vom Kuriositätengeschäft. Hier geht schon wieder ein komischer Freak vorbei. Das ist doch dieser Axelpalm, genau, Axelpalm. So, ah ja, und jetzt wollte ich nochmal schauen hier. Belohnungsmerkmal. Achso, jetzt gibt es sowas wie, ähm, in Sims 2 mit den Turn-Ons und Turn-Offs. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Das fand ich nämlich in Sims 2 auch schon ziemlich cool. Und das habe ich letztens angefangen mal wieder so ein bisschen zu spielen. Das macht einfach so Spaß. Sims 2 ist super. So, dann würde ich aber sagen, hier ist doch gerade jemand, oder? Perfekt. Dann können wir doch hier Geheiminventar, Stranger-Will-Untersuchungen über Stranger-Will reden. Und dann können wir doch auch hier? Ist das der Fernseher, der so komische Geräusche macht? Wo gab es denn jetzt hier die Stranger-Will-Untersuchungen? Nach Schlüsselkarte fragen. Wo kommen denn diese Geräusche her? Aus dem kaputten Fernseher da? Das irritiert mich. So, ähm, ah ja, da. Machen wir hier schneller. Du brauchst ja nicht ewig lang so langsam latschen. So. Was sagt denn der gute Kerl jetzt? Ich habe einen Wissenschaftler überzeugt, mir einige Beweise über die verdeckten Operationen hier in Stranger-Will zu zeigen. Okay, äh. Ich glaube, ich habe eine Schlüsselkarte in meinem Geheiminventar. Ich werde sie dir nur verkaufen, wenn du beweisen kannst, dass du im Rahmen der Stranger-Will-Untersuchungen handelst. Vielleicht hast du, ah ja, ein Geheimdossier. Äh, ja, und wie soll ich das jetzt hier... Soll ich... Hä? Wie soll ich ihm denn jetzt das Geheimdossier geben? Ach so, vielleicht kann ich das einfach anklicken. Wo war denn das Geheimdossier hier? In Welt platzieren? Nee. Soll ich ihm das jetzt schenken? Weil das wäre super blöd, wenn ich jetzt... Nee, ich möchte keine Kuriositäten kaufen. Beweise verkaufen. Suche in Stranger-Will nach weiteren Beweisen. Alle Beweise verkaufen. Handeln. Geheiminventar. Ah ja, Schlüsselkarte kaufen und Dossier geben. 250 Simoleons. Ja, wir haben ja genügend Geld, ne? Warum bist du hier? Ach so, langweiliger Film. Okay. Aha. Luca de Poison hat soeben die Schlüsselkarte erhalten. Sie sollte Zutritt zu allen Türen des Geheimlabors gewähren. Uh, da bin ich mal gespannt. Du kannst ja hier einfach nochmal mit ihm reden. Über Stranger-Will reden. Haben wir denn jetzt eigentlich... Hier... Ähm... Freundlich? Nee. Geheiminventar? Ach so, ich dachte, wir müssen... Können vielleicht doch... Trotzdem hier... Na gut. Dann mache ich hier einfach mal auch noch ein Foto davon. Denn das sieht ja auch ganz schön aus. Oh, ich glaube, Sunny wurde befördert. Ach ja, stimmt. Ich wollte mir ja hier auch so einen Aluhut basteln. Das Blöde ist nur, das ist gar nicht so einfach, an so einen Aluhut ranzukommen, an so ein altes Nudelsieb. Und wir haben nur eines aus Plastik. Und eines aus Plastik hilft natürlich nicht. So. Ähm, ich würde aber sagen, wir gehen zurück ins Geheimlabor und werden uns jetzt mal Zutritt verschaffen mit dieser Schlüsselkarte. Und da bin ich super gespannt drauf. Ähm, ich bin gerade am überlegen, sollen wir das jetzt noch machen oder soll ich so richtig fies sein? Ich glaube, ich suche mir den Zutritt noch dazu aus und dann beende ich den Part. So richtig schön gemein mit einem Cliffhanger. Huch, was war das jetzt für ein... Ach, was haben wir denn jetzt schon wieder für eine Belohnung bekommen? Ach so, das ist nur dasselbe. Na, das ist merkwürdig. Oh, wir können wieder ein Foto machen. Ah, dann können wir ihm wieder Beweise verkaufen, dem, 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 äh, Kuriositätenmenschen. Nein, das ist auch nicht schlecht. Ich glaube vor allem, ich werde mal kurz in den Einstellungen das Altern ausschalten. Wo ist das denn? Weiteres? Bildschirmaufnahme, Audiografik, Gameplay. Hier müsste das ja sein, ne? Äh, automatisch altern. Nein. Ach so, das habe ich sowieso schon ausgeschaltet. Okay. Dann hat sich das ja erledigt. Stimmt, das hatte ich ja schon längst, ne? So, ein Foto einer bizarren Pflanze. Wow, woher kommt da, woher kommt das, ähm, da dieses Vogelgeschrei? So, dann würde ich sagen, hier Schlüsselkarte verwenden. Wuh, 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 wuh. Dann gehe ich hier mal schon mal rein. Und der macht doch dann bestimmt hier an diesem Ding irgendwie rum, ne? Kann ich die Wand hier hoch machen. Und dann... Und dann... Oh Gott. Na das, ähm... So. Ach so, da wurde gar nichts dazu geschrieben. Okay. Du gehst jetzt einfach hier schon mal runter. Gut, ähm, das würde ich aber sagen, machen wir dann im nächsten Part hier weiter. Denn, äh, ich mache ganz schnell hier die Pinnwand-Einträge weg. Ich schaue nochmal ganz schnell, was wir jetzt hier machen. 15 Sporenhaufen sammeln, Schutzanzug zusammensetzen, den tiefsten Teil des Geheimlabors durchqueren. Okay, das, äh, ist das jetzt schon der letzte Teil der, ähm, bin ich ja mal gespannt. Auf jeden Fall werden wir hier im nächsten Part den tiefen Teil des Geheimlabors erkunden. Wenn das überhaupt der tiefste Teil ist, das weiß ich ja gar nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil diese Sporen, die sehen nicht gut aus. Haben wir hier bombensicher wegen Keller und ansonsten keine negativen, ähm, Moodlets. Richtig schön mit den Sporen. Ähm, ja, dann hoffe ich natürlich, euch hat der Party gefallen und wir sehen uns dann in einem neuen Video. Tschüss! Musik 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 Musik